so jetzt haben sie hier in paraguay mein rahmen verstärkt wird früher nicht da das haben sie jetzt einfach hier mal in so einen träger rüber ich weiß ja hier vorne cool war gebrochen angebrochen hier vorne war sie abgebrochen und den riss haben sie noch nicht gemacht aber die verstärken jetzt meine komplette aufnahme von der kabine man ist das heiß hier also kommt nicht vom schweißen das kommt oben vom himmel auch hier unten drunter haben sie verstärkungen eingeschweißt